Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen nur eine gekürzte Version. Ja, liebe Freunde, hier ist wieder Matt Tusek. Ja, und zu diesem besonderen Anlass heute habe ich auch einen besonderen Gast. Nämlich, es könnte niemand einen Besseren geben, um über die Themen zu sprechen, die wir heute behandeln. Die US-Wahl, aber dann auch den Mauerfall, dessen 35-jähriges Jubiläum wir ja auch feiern in dieser Woche. Ich habe nämlich bei mir Tino Chrupalla, den Chef der AfD. Hallo Tino. Hallo Matthias, ich freue mich bei dir zu sein. Ja, wir sind zusammengekommen, auch wenn es ernsthafte Konflikte zwischen uns beiden gibt, über die Zubereitung von Kartoffelsalat, aber über dieses heiße Eisen, das wollen wir erstmal nach hinten schieben. Lieber Tino, Donald Trump hat einen überzeugenden Sieg eingefahren, hat auch die Popular Boot gewonnen. Also er hat eine breite Zustimmung der Öffentlichkeit und des Wählers. Warst du überrascht? Also ich war eigentlich nicht überrascht. Alles, was ich jetzt so aus Bekanntenkreis und Freundeskreis gehört habe, die in Amerika verwurzelt sind, zum Beispiel auch von Max Otte oder auch von anderen, die in Amerika zu Besuch waren, die mir das eigentlich auch geschildert haben, dass die Wechselstimmung so groß ist, dass man dort eigentlich nur Donald Trump wählen kann, auch mit den Problemen, die sich die letzten vier Jahre unter dem jetzigen amtierenden Präsidenten Biden angestaut haben. Also von daher hat mich das eigentlich nicht überrascht. Und man hat ja auch den öffentlich-rechtlichen Medien, das war ja eigentlich das Erstaunliche, die letzten Tage und Wochen, mehr Wunschdenken als Realismus gehört. Da ging man ja davon aus, das wird Herres gewinnen oder das wird ganz knapp. Oder, was ich auch gehört habe vor Tagen noch im ZDF, dass die Auszählung Tage, wenn nicht gar Wochen dauern würde. Also all das hat sich nicht bewahrheitet. Wir sind innerhalb eines Tages sicher, dass der neue Präsident Donald Trump ist. Ja, also mir war das klar, dass es einen Erdrutschstieg geben wird. Das hatte ich auch vorher schon zum Protokoll gegeben. Wenn 72 Prozent der Bevölkerung mit der wirtschaftlichen Lage unzufrieden sind, und es gibt ja diesen alten Spruch, it's the economy stupid, war es mir klar, dass der Trump einen großen Sieg einfahren wird. Knallen jetzt bei euch in der Fraktion die Säckkorken? Ja, das nur nicht gerade. Also ganz ehrlich, das ist ja auch eine Entscheidung der Amerikaner gewesen. Das muss man erst mal sagen. Jetzt müssen wir auch mal abwarten, was die ersten 100 Tage in der Trump-Regierung, die ja, ich weiß gar nicht, wann wird er vereidigt im Januar, die dann auch im Prinzip einhergehen, was sein Programm ist. Das sollte man erst mal abwarten. Die Euphorie sollte man ein Stück weit zurückstecken. Denn das heißt ja auch im Endeffekt, wie geht es mit Europa, wie geht es mit Deutschland weiter? Und ich denke, das ist ja auch für uns spannend. Also die New York Times spricht jetzt schon davon, dass eine Diktatur beginnen wird. Also Trump ist ja in der übelsten Weise beschimpft worden. Hass und Hetze sozusagen. Er war der neue Hitler. Auch in unseren Medien. Ihr seid ja Ähnliches gewohnt. Also euch vergleicht man auch dauernd mit den Nazis. Das ist richtig. Aber ich meine, jeder, der uns kennt, jeder, der unsere Programmatik kennt, der weiß, dass das eigentlich eine Verhöhnung und auch eine Relativierung des Nationalsozialismus ist. Und wenn man nur wirklich mit solchen, in Anführungszeichen, Argumenten einen politischen Gegner schlagen möchte, und das hat man ja mit Trump genauso versucht, da sieht man eigentlich, wie armselig man selbst programmatisch ist. Und wenn man es nur mit Beschimpfung und Verhöhnung bekommt, dass man jemanden politisch klein kriegt, dann zeigt das eigentlich, dass das eher demokratieschädigend ist, anstelle sich mit denjenigen auseinanderzusetzen oder an einen Tisch zu setzen. Davon sind wir ja teilweise, selbst in Deutschland, noch weit entfernt. Ja. Insofern ist die Gefechtslage ja gleich. Und was auch gleich ist, ist, sagen wir mal, dass der Trump natürlich für eine Politik steht, die gegen diesen Wurken-Schwachsinn vorgeht, gegen diese Geschlechterzeug und Klimahysterie und so weiter. Also da seid ihr doch programmatisch ähnlich aufgestellt, oder? Ja, absolut. Ich meine, wir wollen uns um die wirklichen Probleme und Sorgen der Bevölkerung kümmern. Und natürlich auch um die Interessen Deutschlands, die wir vertreten. Und Trump vertritt die Interessen Amerikas. Und das hat er auch immer wieder deutlich gemacht. Und was ich ja auch gespürt habe, auch die amerikanische Bevölkerung hat satt, in fremde Kriege permanent Geld zu pumpen. Und das hat er ja auch angekündigt, was den Ukraine-Krieg angeht. Und da hoffe ich und freue ich mich auch, dass hier so schnell wie möglich eine Friedenslösung auch von Trump mit initiiert wird, damit der Sterben in der Ukraine aufhört und damit vor allen Dingen auch der Ukraine geholfen werden kann. Und das Gleiche hoffe ich und wünsche ich mir im Nahen Osten, wenngleich er dort sicherlich andere Töne angeschlagen hat. Aber vielleicht wird es ein Präsident, der Kriege beendet und keine neuen anfängt. Naja, immerhin, was den Nahen Osten angeht, hat er ja in seiner ersten Amtszeit die großartigen Abram-Koats ausgehandelt. Und da gab es eben durchaus Entspannungsbemühungen, Entspannungszeichen. Aber wir haben vor allem erlebt, wie die großen Medien versucht haben, einen Kandidaten schlecht zu reden und eine andere Pappfigur hochzureden. Auch bei uns war ja die Kamala Harris als Erlöserin und so weiter. Und diese großen Mainstream-Medien haben doch erheblich eins in die Fresse gekriegt. Und das ist doch eigentlich wohltuend, auch für uns alternativen Medien zu erleben, wie ein Kandidat trotz dieser medialen Verschwörung sich durchsetzen kann, oder? Also ich sag mal, hier ist es ja mehr, und ich hab's ja eingangs schon gesagt, das Wunschdenken der öffentlich-rechtlichen Medien gewesen wäre, wer als Kandidat gewinnt. Und man hat ja teilweise den Eindruck gehabt, die letzten Tage und Wochen, wenn man sich auch die deutschen Talkshows angeschaut hat und angehört hat, dass die Wahl des Präsidenten Amerikas in Deutschland stattfindet. Man hat permanente Umfragen gemacht, wen man denn nun besser findet. Ich finde sowas absoluter Schwachsinn, in Deutschland solche Umfragen überhaupt zu machen, weil wen nutzen die denn im Endeffekt? Die Entscheidung, und das hat sich ja jetzt, wie gesagt, gezeigt, wird in Amerika getroffen und das ist die Entscheidung, wie gesagt, der Amerikaner. Also ich wünsche mir wirklich, dass hier die öffentlich-rechtlichen Medien endlich von ihren Wünschen in der Berichterstattung runterkommen, sondern endlich Bericht erstatten, nämlich das, was ist. Aber da sind wir leider noch weit entfernt. Wir erleben es ja bei anderen Berichterstattungen, wo wir ja, oder wo auch alternative Meinungen, hier geht es ja nicht bloß um die AfD, aber alternative Meinungen oder konträre Meinungen eigentlich kaum noch stattfinden. Und das macht eigentlich die Demokratie kaputt. Aber das merken diese Medien und auch leider die Altparteien nicht. Ja, und wir haben eigentlich da meiner Ansicht nach einen großen Grund zum Feiern. Ja, nebenbei hat Trump, der große Disruptor, der Unterbrecher, ja unsere Ampel abgeräumt, so nebenbei. Ist das nicht herrlich? Die wollte mehr Geld, damit sie den Krieg in der Ukraine besser unterstützen kann, wenn die Amis wegfallen. Alles für den Frieden natürlich. Ja, das hat man ja schon in vielen Aussagen der letzten Stunden und Tage gesehen, dass hier immer mehr Politiker jetzt schon die Verantwortung übernehmen, für den Ukraine-Krieg sämtliches Geld alleine aufbringen zu wollen. Und ich habe wirklich die große Befürchtung, auch bei der Freude, dass die Ampel jetzt weg ist, dass jetzt die SPD mit der CDU das nächste große Militärpaket schmürt und dass die Unterstützung sogar noch über den Haushalt hinaus weitergehen soll. Dabei brauchen wir als allererstes wirklich einen Wirtschaftsneustart in Deutschland. Das ist ja das, was wir auch als AfD fordern. Ja, ich habe dich in der Pressekonferenz gehört. Du hast da mehrere Sachen genannt. Also ein Kassensturz, Senkung der Steuern, absolut. Die Pull-Faktoren weg für die Immigration, grenzedicht Klimawende überdenken, NGOs durchforsten, Wiedereinstieg in die Atomkraft, weniger Bürokratie, vor allem aber weg mit den Brandmauern. Weg mit den Brandmauern, genau so ist es. Ich denke, die Bürger und die Wähler erwarten, dass sich die Politiker zusammenraufen und als Demokrat, und das sind alle die, die gewählt wurden in den Deutschen Bundestag, hat man die Pflicht, sich mit allen zu unterhalten und die besten Lösungen, die sollen gewinnen. Das ist der Wettbewerb in der Politik, lieber Matthias. Und ich fordere wirklich die anderen Parteien auf, unseren guten Anträgen, die wirklich zu dieser Wirtschaftswende auch beitragen würden, die den Krieg beenden würden, die aber auch vor allen Dingen den Wirtschaftskrieg gegen Russland, die Sanktionspolitik beenden würden, zuzustimmen. Das haben wir in der Vergangenheit immer gemacht, guten Anträgen anderer Parteien zuzustimmen, weil wir das Interesse Deutschlands und das Interesse vor allen Dingen der Bürger im Auge hatten. Also im Grunde genommen spiegelt ihr genau das, was Trump auch in den USA gerade gemacht hat, weg mit dem Klimaschwindel und diesen unnützen Aufwand und grenzendicht. Das ist doch der Weg in die wirtschaftliche Gesundung. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich die Ausgaben von Deutschland, was die Migrationskosten angeht, ja mal anschaut. Es sind ja nicht bloß die illegalen Migranten, die jetzt in unsere Sozialsysteme einströmen. Wir müssen diese beschulen, wir brauchen Kindergartenplätze, Schulplätze, wir brauchen Wohnungen. All das sind ja die Probleme, die wir tagtäglich spüren, die dieses Land ja massiv verändert haben, die vor allen Dingen die Kosten ja aus dem Ruder laufen haben lassen. Deshalb Kassensturz ist ganz wichtig, denn wir brauchen deshalb den Kassensturz, weil wir keine Einnahmenprobleme haben, sondern ein massives Ausgabenproblem. Wir zahlen genug Steuern und Abgaben. Das ist doch der Punkt. Und wir müssen uns endlich von diesem ganzen Ballast befreien. Da hast du vollkommen recht. Das ist auch teilweise das, was Trump gefordert hat. Und das werden wir auch im Bundestagswahlkampf nächstes Jahr fordern. Mir scheint, dass der Scholz wirklich auf einem anderen Planeten lebt. Als ich die Erklärung gehört habe für den Rausschmiss von Lindner, hat er ausgeführt, dass unser Land ja prächtig dasteht und wir ein nächstes wird das Wunder ansteuern. Da dachte ich mir, ja, von welchem Planeten redet der? Ja, also das war schon teilweise skurril. Ich muss mal sagen, die Kritik an Lindner, die kann man eins zu eins unterstreichen. Also Lindner hat ja im Prinzip die Wähler wirklich massiv belogen, betrogen. Er hat mit seinem 18 Seiten Papier, was er vorgestellt hat, vor wenigen Tagen ja im Prinzip komplett auch den Koalitionsvertrag konterkariert und das Gegenteil behauptet. Hat also nur aus reinen Machtkalkül im Prinzip diesen Koalitionsvertrag mit diesen schlimmen Parteien, zum Beispiel die Grünen, die gefährlichste Partei Deutschlands, wie ich sie nenne, ja noch mit eingegangen und unterzeichnet. Und sich jetzt, weil er bei drei, vier Prozent in Umfragen steht, vom Acker zu machen, um zu hoffen und zu glauben, über fünf Prozent zu kommen, das ist eigentlich verlogen. Also dieser Lindner ist eigentlich auch wirklich, und da muss ich dem Bundeskanzler mal ausnahmsweise recht geben, moralisch wirklich mit eines der schlimmsten Charaktere in dieser Bundesregierung. Sind wir uns einig, jetzt letzte Frage zu dem Komplex, wann gibt es Neuwahlen? Ja, es wird nächstes Jahr im Frühjahr Neuwahlen geben. Das steht schon so gut wie fest. Wir müssen jetzt natürlich auch selbst als Partei alles daran setzen, das gut vorzubereiten. Das heißt, auch viele Landesverbände, Aufstellungsversammlungen müssen vorgezogen werden. Aber das gilt ja für alle Parteien. Also wir werden die nächsten Tage und Wochen viel Arbeit haben und auch für uns als Parteispitze, für alles Weidel und für mich heißt das viel Arbeit. Kein ruhiges Weihnachten, kein Winterurlaub. Jetzt heißt es Wahlkampf wieder machen. Aber wir sind ja Wahlkampf erprobt. Die ostdeutschen Landtagswahlen sind ja erfolgreich erst vor wenigen Wochen zu Ende gegangen. Also von daher denke ich, werden wir alles tun, damit wir Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Das ist unsere Aufgabe als AfD und da werden wir uns auch dafür einsetzen. Ja, das ist dein Weihnachtsgeschenk an mich. Vielen Dank. Ich muss mir überlegen, was ich dir schenke. Vielleicht ein Ferrari. Brauche ich nicht, lieber Matthias. Das sind alles Dinge, die mir nichts mehr wert sind in diesem Sinne. Einen hochfrisierten Trabi. Das ist schön, ja. Genau. Ich bewundere ja an dir, das möchte ich gleich vorweg sagen, ich bewundere deine Auftritte, weil sie, egal in welcher feinseeligen Atmosphäre oder Talkshows auch immer, stattfinden, weil du eine Ruhe ausstrahlst und eine Gelassenheit ausstrahlst und tatsächlich mit beiden Beinen auf dem Boden der Wirklichkeit stehst und dich da nicht aus dem Konzept bringen lässt. Ich will dich mal kurz vorstellen. Vielleicht können wir ein bisschen ergründen, woher das kommt. Du bist in der DDR aufgewachsen, in Weißwasser. Dein Vater war CIC-Mechaniker. CNC, genau. Mit Computer gilt es, ja? Ja, richtig. CNC-Mechaniker. In der Gießerei hat er gearbeitet, richtig, genau. Ja, ja, ja. Und du warst beim Mauerfall, kommen wir mal gleich auf das Thema, beim Mauerfall warst du 15 Jahre alt, oder? 14 Jahre, 1989, richtig, war ich ungefähr 14 Jahre alt. Ich habe das meiner Meinung und Kenntnis nach am Fernsehen verfolgt. So viel weiß ich noch, weil, wie gesagt, es waren ja insgesamt sehr turbulente Tage und Wochen eigentlich. Es ist permanent jeden Tag was Neues passiert. Man hat natürlich, zumindest wir in Ostsachsen, hatten nur die DDR-Fernsehen und hatten ein bisschen den Tschechen. Also wir waren weit entfernt dort. Ihr wart im Tal der Ahnungslosen auch, oder? Wir waren genau im Tal der Ahnungslosen. Also da waren wir schon weit abgekoppelt und waren eigentlich immer noch auf die DDR-Medien, zumindest im Fernsehen angewiesen. Natürlich Rias und sowas haben wir alles gehört. Da konnten wir auch noch einige Radionachrichten hören. Aber wir haben das dort verfolgt und wie gesagt, von meiner Rückbetrachtung war das für meine ganze Familie schon sehr turbulent, muss ich sagen. Wie war das Gefühl? War es so unsicher? Ich weiß von meiner Frau, die hat da zu der Zeit in Moskau studiert, an der Lomonosov-Unität. Die habe ich dann später in Ostberlin kennengelernt und sofort weggeschnappt. Und die hat das, glaube ich, auf der Seite 5 in der Esvesia gelesen, dass sie mir auch gefallen hat. Und ihr war das ein bisschen, sie wusste nicht, was sie davon halten sollte. Sie war jetzt gar nicht so auf Jubel aus. Wie war deine Gefühlsstimmung? Warst du euphorisch und besoffen? Oder wie war das? Ja, es war schon doch eher mehr Freude oder beziehungsweise die Veränderung. Ich meine, als junger Mensch ist man immer veränderungssüchtig, so will ich es mal bezeichnen. Und diese Veränderung hat man gespürt und es war auch viel Unsicherheit dabei. Ich kann mich noch erinnern, man ist in die Schule gekommen, man wusste nicht, ist der oder der Lehrer noch da. Dann gab es Gerüchte, nee, der ist schon abgehauen. Das waren ja auch Zeiten, wo wirklich viele Menschen über die Tschichhai geflohen sind, über Ungarn, die weg waren auf einmal. Auf einmal waren die verschwunden und da waren natürlich auch Lehrer auf einmal weg. Und das hat sich natürlich auch rumgesprochen. Also es war schon überall eine große Brisanz und man hat immer gefragt sich, was passiert als nächstes? Was kommt jetzt? Und das war natürlich ein Stück weit eine Unsicherheit. Aber Matthias, als 14-Jährige hat man das sicherlich nicht so gespürt, wie vielleicht meine Eltern, die das noch ganz anders wahrgenommen haben, mögen. Also ich fand es einfach spannend, was kommt. Und da war ich natürlich auch viel neugierig. Erzähl von deinen Eltern. Also ihr wart zu acht Kindern zu Hause, ne? Nee, nee, also zu acht. Meine Mutter hatte sieben Geschwister und von den Geschwistern sind einige in den Westen geflohen. Manche vor dem Mauerbau über Berlin, als die Mauer gebaut wurde. Dann die anderen haben einen Ausreiseantrag gestellt, ganz normal. Ein Onkel von mir ist zu DDR-Zeiten über Tschechien geflohen, wurde gefasst, saß dann auch im DDR-Gefängnis und wurde freigekauft. Also wir hatten im Prinzip von den Fluchtgeschehnissen und Fluchtbiografien alles dabei. Und das hat aber trotzdem dazu geführt, dass ich Westverwandtschaft hatte, so wie man das so schön sagt. Es gab Westpäckchen und hatte schon mal das Privileg, die Bravo lesen zu dürfen und auch ab und an ein paar schöne Turnschuhe zu bekommen. Ja, wir haben ja sehr unterschiedliche Herkünfte, wenn man so will. Ich war zum Zeitpunkt des Mauerfalls in San Francisco und habe da ein Erdbeben gecovert und hinter meinem Rücken spielt die Weltgeschichte verrückt und macht ein anderes, ein politisches Erdbeben in Berlin und ich war nicht dabei. Dafür bin ich aber dann hinterher, habe ich mich ein Jahr lang im Palasthotel einlogiert. Aber ich habe mein Leben lang eigentlich nach Westen geschaut und also für mich war San Francisco natürlich, da war ich fast mit einem Bein zu Hause. Ja, das war meine Herkunft und meine Orientierung. Wie war das bei dir? Du hast dich mehr notgedrungen nach Osten, nach Russland orientiert oder wie? Nee, das kann man gar nicht so sagen, was jetzt nach Russland orientiert. Wir hatten Russisch in der Schule als Fremdsprache, Englisch im Übrigen auch, aber Russisch natürlich schon wesentlich eher. Aber ansonsten haben wir uns natürlich, was Musik angeht, was Kleidung angeht, natürlich auch nach Westen orientiert. Wir haben Rias gehört, wir haben die Parade, die Schlagerparade und die Hitparaden genauso gehört, haben, wie man es so kennt, natürlich versucht, dann Musik aufzunehmen, von Rekorder zu Rekorder, überspielt, gegeneinander gehalten, weil gab es ja noch keine Übertragungsmöglichkeiten. Ja, ja, genau. Also das war noch und dann hat man sich aufgeregt, wenn der Moderator reingequatscht hat in das letzte Stück des Liedes. Oder wenn der Vater ins Zimmer gekommen ist und die Aufnahme gestört hat. Ja, also alle solche Dinge kann ich mich noch erinnern. Die Kassettenschaft, die man dann getauscht hat unter Freunden, etc. Also das war schon alles so mit vorhanden und wie gesagt, wenn man Zeitungen hatte, hat man die ausgeborgt unter Freunden, unter Schulkameraden, bis die komplett zerfleddert waren. Und wie gesagt, wer Zeitungen hatte, hatte natürlich dann auch ein Stück weit was zum Tauschen und war natürlich auch ein Stück weit besser angesehen, so will ich es mal sagen. Aber insgesamt war natürlich ein großer Zusammenhalt auch unter Freunden, Schulkameraden da. Das muss ich schon wirklich sagen. Und das hat auch zusammengeschweißt. Die Gemeinschaft in der DDR war da und was ich bei aller Kritik an der DDR ja auch immer höre und was man auch geben kann, wie wir unsere Umwelt zum Beispiel wirklich miserabel behandelt haben. Wir waren Patrioten. Wir haben unser Land trotzdem geliebt und wir haben für unsere Heimat auch Lieder gesungen und waren eben auch, ja, schon ein Stück weit Heimat verliebt. Und das ist geblieben über die Wiedervereinigung hinaus. Weißt du was? Und genau das erzählt mir meine Frau auch. Und ihr hattet ja dieses wunderbare Lied und unsere Heimat sind nicht nur die Berge sondern auch die Flüsse und die Flüsse und die Blumen und so weiter. Und auch Volkslieder habt ihr gesungen und meine Frau, Lehrerin, die Kids heutzutage kennen keine Volkslieder mehr. Die wissen das nicht mehr. Ja, obwohl ich mal sagen muss, ich glaube auch in der früheren Bundesrepublik wurden auch Volkslieder mehr gesungen als vielleicht heute. Also das will ich jetzt nicht ausschließen. Aber natürlich war das Lied in keinster Weise irgendwie verpönt oder verboten, wie man das vielleicht manchmal auch hört, dass dies jedes verboten war. Also natürlich gab es Indoktrination und auch Manipulation. Aber keine Dauerbeschallung mit Ideologie. Das muss man ein bisschen unterscheiden und das erlebe ich ja teilweise oder erleben wir ja teilweise heute. Es gibt ja kaum noch Räume oder Bereiche, wo man nicht indoktriniert wird. Und so massiv, wie es teilweise heute passiert, in allen Bereichen, war es nicht mal in der DDR, sage ich ganz ehrlich. Also zumindest, was ich wahrgenommen habe. Ich will das nicht verallgemeinern. Also ihr habt doch aber den Marxismus-Leninismus von morgens bis abends um die Ohren gehauen bekommen. Aber muss ich auch widersprechen, Matthias, in den 80er Jahren schon nicht mehr. Das hat man schon gemerkt, dass das DDR-System sich dort auch ein Stück weit verändert hat. Ich will jetzt nicht sagen, in Auflösung befunden hat, aber dass ich jetzt nur kommunistisch, sozialistisch in der DDR geprägt wurde, in der Schule oder sonst was. Ich hatte viele Diskussionen mit meinem Staatsbürgerkundelehrer, kritische Diskussionen, wo es um die Bundesrepublik und die DDR ging, über den Kapitalismus, über den Sozialismus, die Vor- und Nachteile, die man ja auch heute noch offen diskutieren muss. Es gab ja auch, wie gesagt, wenn ich alleine das Gesundheitswesen, das staatlich Organisierte sehe, zumindest was die Organisation angeht mit Polykliniken, das sind ja alles Dinge, die übrigens wieder zurückkommen. Es waren ja nicht alle Dinge schlecht. Und das muss man wirklich auch so sehen und sagen. Also wir Kinder, und das will ich auch nochmal für meine Kindheit betonen, ich hatte keine schlechte Kindheit, im Gegenteil, ich blicke da sehr, sehr gerne zurück. Ihr habt tatsächlich Inseln gehabt, der Verständigung, die der Überwachung entzogen waren. Also ihr wart nicht immer gezwungen, Doppelsprech zu reden, sondern ihr hattet eure Zirkel und am Küchentisch wurde dann offen geredet. So hat mir meine Frau das auch erzählt. Absolut. Also im privaten familiären Kreis konnte man das natürlich tun und ich meine auch in den 80er Jahren ist nach meiner Kenntnis niemand mehr für ins Gefängnis gegangen, weil er einen Honecker-Witz gerissen hat. Also dass diese Zeiten mag es sicherlich gegeben haben in den 70ern, aber Ende der 80er, also wir haben auch sehr sarkastisch über uns selbst und auch über die DDR-Führung gesprochen, auch Witze gemacht, auch als Kinder. Und ich kann mich zwar an einen Punkt mal erinnern, da mussten meine Eltern in die Schule, weil ich nicht zu den Sowjet-Menschen Sowjet-Menschen gesagt habe, so war das bei uns eigentlich gewollt, sondern Russen gesagt hatte. Und das Wort Russe war verpönt in der DDR. Also da gab es schon Ärger, das muss ich schon sagen. Also wir hatten da schon ein sehr großes kritisches Verhältnis auch gegenüber der damaligen Sowjetunion. Keine Frage, das haben wir auch viel kritisiert. Ich bin übrigens auch vielleicht ein Punkt noch, weil der interessant ist. Ich bin 1988 aus der deutsch-sowjetischen Freundschaft ausgetreten und das war eigentlich ein No-Go. Also da musste ich auch zum Direktor, musste das erklären. Ich habe das auch erklärt, war damals für mich der Grund, es waren 10 Pfennig Mitgliedsbeitrag pro Monat, das erschien mir zu viel, weil ich eigentlich keinen Nutzen gesehen habe. Ja, ich wusste eigentlich, ich habe ja gefragt, für was zahle ich eigentlich diese, für was zahle ich diese 10 Pfennig deutsch-sowjetische Freundschaft? Also das war damals ein großer Aufreger an der Schule. Das haben ja dann einige Schüler gleich gemacht und da hat man auch Angst gehabt, dass sich das zu einer Kettenreaktion ausdehnt. Also das muss ich schon sagen, da war ich schon ein bisschen Revolutzer 1988. Das ist aber natürlich auch eine grauenhafte Situation. Das ist ja fast so, wie wenn jemand heute öffentlich sagt, er ist Wähler der AfD, dann wird er auch geächtet. Im Osten weniger als im Westen, aber so in der Art, ja. Naja, weil du Witze sagtest, ein schönes Ventil war die Witzkultur bei euch. Kennst du noch einen guten DDR-Witz? Och, müsste ich jetzt überlegen, da hättest du mich ein bisschen mal vorher... Also hier, ich habe einen, warum gab es in der DDR keine Terroristen? Ja, die mussten 15 Jahre auf ihr Fluchtauto warten. Oder Willy Brandt und Walter Ulbricht unterhalten sich über ihre Hobbys. Da sagt dann Willy Brandt, also ich sammle Witze, die die Leute über mich machen und du? Und dann sagt der Ulbricht, ich sammle die Leute, die die Witze über mich machen. Ja, auch sehr schön. Also der Witz war ein Ventil, um sich der Unterdrückung irgendwie zu entziehen. Durchaus. Und auch ein Stück weit der Selbstsarkasmus, also auch der Selbstwitz, der uns ein Stück weit, auch mir persönlich, erhalten geblieben ist, einfach auch über sich selbst lachen. Und das ist eigentlich auch ein Stück, damit ich darauf zurückkomme, was mich auch ein Stück weit ausgleicht, auch in irgendwelchen Talksendungen oder sonst was, wenn ich angriffen, ausgesetzt bin oder vielleicht manchmal auf eine Frage nie gleich die richtige Antwort finde, das ist ja ganz normal, dass man einfach in sich zurückzieht, sich und einfach über sich selbst spunzelt und denkt, naja, was fragt der jetzt eigentlich für einen Scheißdreck? Sehr gut. Ja, und sich das vielleicht mit einer Gegenfrage oder eben mit einem Gegenwitz ein Stück weit kontert, um die Zeit zum Überlegen zu haben. Das sind so ein paar kleine Taktiken, aber am Ende muss man sich selbst natürlich auch treu bleiben. Das ist, denke ich, das Wichtigste. Das merken die Leute, wenn man anfängt. Ja, ich glaube, das vermittelst du auch. Ich will mal ein bisschen weitermachen bei Deiner Bio. Also, du hast den Handwerksmeister gemacht, also einen Malerbeibetrieb aufgebaut, den du vor ein paar Jahren verkauft hast. Man merkt, dass du, wie gesagt, mit beiden Beinen auf dem Boden der Realität stehst und anders antwortest als all die Utopisten und Wolkenmaler und Phrasendrescher, die sonst die politische Arena bevölkern. Ja, und dann hast du dich als junger Mann in der Jungen Union engagiert. Das ist so richtig. Nach der Wiedervereinigung, ich habe auch für die CDU damals im Volkskammerwahlkampf, da gab es ja noch den demokratischen Aufbruch und wo Angela Merkel drin war. Richtig, Wolfgang Schnur, Rainer Eppelmann, das war damals demokratischer Aufbruch auf Stasi durchsetzt, nicht? Du ist ja, Schnur wurde enttarnt, ne? Richtig, die Protagonisten und da gab es noch die DSU, Deutsche Soziale Union, ich glaube, da war Herr Diestl auch da, also da war ja die Koalition für Deutschland. Ja, ja, ja. So hießen die, glaube ich, die drei. Und dafür habe ich auch Wahlkampf gemacht, habe Wahlzettel, die waren damals noch so A4, A3 groß, so und haben wir die auch überall angeheftet, wo noch was frei war oder an Lichtmaste geklebt, also da habe ich auch Wahlkampf, da war ich 15, also das muss man wirklich sagen und bin dann so mit 17, 18, 17, denke ich mal, dann in die Junge Union gekommen, das war ja alles noch sehr frisch mit Michael Kretschmer im Übrigen, den ich da kennengelernt habe, ja, ja, genau. Ist ja irre. Also du hast dich da engagiert und was diese Enttarnung angeht, ich war ja 90 im Palasthotel, habe ich mich da einquartiert und hatte mich mit dem Thomas Krüger angefreundet, der Mitgründer der SPD Ost war und in seinem Büro war auch Ibrahim Böhme, ein eigentlich sehr netter, melancholischer Trinker, der dann später als IM auch enttarnt worden ist und dann leider, glaube ich, sich umgebracht hat irgendwann mal. Ja, und da im Vorzimmer habe ich eben meine Frau kennengelernt, also eine junge Slavistik-Studentin, die sehr schnippisch war und überhaupt nicht beeindruckt war, als ich gesagt habe, ich komme vom Spiegel, sie sagte dann, sie hat das ihrer Mutter erzählt und die Mutter sagte, naja, du musst ja wissen, mit was für einem Pakt du dich einlässt. Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Aber nein, das war alles ganz wunderbar und ich habe mir dann sofort, naja, so einen Tag gemacht, egal. Du bist dann 2015 in die AfD eingetreten. Jetzt aber mal grundsätzlich, was hat dich in die Politik getrieben? Was ist dein Motor? Da muss ich mich ein bisschen weiter vorne ansetzen. Wie gesagt, ich war zu ungefähr zwei, drei Jahren in der Jungen Union. In den 90er Jahren bin dann eigentlich mehr aus Kontaktlosigkeit und vielleicht auch ein Stück weit Lustlosigkeit. Da habe ich mich dann immer in der politischen Arbeit der Jungen Union interessiert. Ich war mit mir und meinem Leben zufrieden. Ich habe natürlich dann auch meine Familie aufgebaut, meine Firma gegründet. Das hat alles damit auch zu tun und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war wirklich in der Marktwirtschaft angekommen. Ich war sehr zufrieden, weil ich gemerkt habe, Arbeit lohnt sich. Umso mehr man arbeitet, umso mehr Geld schafft man ran und als junger Mensch hat mir das wirklich Freude gemacht, viel Geld zu verdienen und ich habe wirklich sehr gutes Geld verdient als Handwerker und habe aber dann gemerkt, in den 2010er Jahren, wie immer weniger Arbeiten sich lohnte. Also man hat am Ende im Endeffekt, ob ich nun fünf Angestellte hatte als kleiner Mittelständler, als Handwerksmeister oder zehn, es war eigentlich völlig egal. Man hat den gleichen Gewinn am Ende gehabt und immer mehr Institutionen kamen, Berufsgenossenschaften, Handwerkskammern, Sozialversicherungsvereine, die immer mehr Geld wollten und da habe ich gemerkt, das stimmt doch hier nicht. Man wurde ausgelutscht und ausgenudelt, das Finanzamt war immer kritischer, also man war im Prinzip generell der Steuerhinterzieher, wenn man Handwerker war. Also man war mittlerweile als Selbstständiger, war man ein Verächtlicher und ein mysteriöses Wesen in Deutschland, das ist ja mittlerweile noch genauso oder noch schlimmer sogar geworden, man ist grundsätzlich halb kriminell. Ja, man wird ausgebeutet vom Staat. So ist es. Und die Freiheit, sich zu verwirklichen, alles musste man dokumentieren, kontrollieren etc., was wir eben heute alles erleben. Und das hat mich ein Stück weit in die Politik getrieben, aktiv zu werden. Ich habe dann selbst bei Handwerkskammern und Innungen, wo ich zu Gast war, gemerkt, wenn da Politiker kamen, aus CDU und SPD, diese Phrasendrescherei hat mich so angewidert und dieses, ja, wir nehmen die Probleme mit und wir werden uns darum kümmern und bla, bla, bla. Wir reden jetzt von der Kohl-Ära oder von der Merkel-Ära schon? Das war eigentlich schon die Merkel-Ära. In der Kohl-Ära, muss ich sagen, habe ich mich noch gut vertreten gefühlt und es wäre gar nicht in die Politik gegangen, aber die Merkel-Ära war das schon und da habe ich so gemerkt, ich will das selber erstens wissen, was dort läuft und will im Prinzip Veränderungen mit anstoßen, weil so kann es nicht weitergehen. Ich war damals CDU-Wähler, teilweise auch FDP-Wähler, Mittelstand-Handsachsvertretung, das ist ja im Prinzip alles mit diesen Parteien obsolet geworden. Also die FDP ist alles, aber nicht mehr eine Mittelstands- oder Handwerkspartei, im Gegenteil. Und das wollte ich verändern und ja, dann habe ich Frauke Petry getroffen, um das mal weiter fortzuführen und die hat mich ein Stück weit mit überredet, in die AfD zu kommen. So ist das alles eigentlich vonstatten gegangen und ja, jetzt bin ich da, wo ich bin. Du wolltest gestalten? Ich wollte gestalten und ich bin der Meinung, ich habe auch schon ein Stück weit gestaltet. Also das kann ich für mich selbst, ohne mich da jetzt zu sehr zu loben, schon mal ins Haben-Heft schreiben, dass ich doch Veränderungen gebracht habe. Ich will ein Beispiel, muss ich mal kurz nennen. Ich habe in meiner ersten Legislatur im Bundestag die Wiedereinführung des Meisters in kurzen Berufen wieder mit unterstützt, eingebracht als AfD-Antrag, der anfangs abgelehnt wurde, aber kurze Zeit später hat die CDU den ähnlichen Antrag eingebracht, mit einigen Meistern weniger. Der ging damals durch den Bundestag und somit haben wir am Ende, ich glaube, es waren acht Meistertitel, die wieder, oder Meisterabschlüsse, die wieder anerkannt wurden und die man haben muss, um einen Betrieb zu eröffnen und das nehme ich für mich als Haben-Seite, weil ich sage es mal, gerade ein Meister ist ja auch ein Stück weit Kulturgut in Deutschland und das habe ich wieder erhalten oder beziehungsweise wieder eingeführt. Ja, also du warst selber das beste Beispiel, dass es wichtig ist, Qualifikation vorzuweisen und die zertifizieren zu lassen und so weiter. Und du hast dann tatsächlich in Görlitz Wahlkampf gemacht gegen deinen ehemaligen Jung-Unions-Kollegen Kretschmann. Richtig. Im wunderbaren Görlitz, muss ich sagen. Ich war in Görlitz kurz ein paar Jahre nach der Wende und dieses herrliche Barock und Renaissance-Ensemble in dieser Stadt. Ihr wart ja kurz davor, die platt zu machen und zu ersetzen, die Platte. Da kam die Wende gerade noch rechtzeitig. Absolut. Für Görlitz kam die Wiedervereinigung genau zur rechten Zeit. Ja. Dadurch natürlich auch historisch betrachtet, dass die Altstadt eben nicht zerstört wurde. Die Russen sind im Prinzip dort nur durchgerannt. Sie wollten schnell nach Berlin. Sie wollten vor den Amerikanern in Berlin sein und damit haben sie Görlitz weitestgehend verschont. Auch die Alliierten haben Görlitz nicht platt gemacht, so wie Dresden. Ja, auch das gehört zur Wahrheit dazu. Und das war eigentlich das Glück, dass diese Altstadt fast in Gänze, muss man ja sagen, wieder aufgebaut und auch saniert wurde und heute eigentlich ein riesen Schmuckstück ist. Aber wie gesagt, zum Landkreis Görlitz gehören natürlich auch die Städte Zittau, Löbau, Weißwasser, Nieski. Also es ist ein riesengroßer Landkreis, den ich dort als Bundestagsabgeordneter auch betreue und den, wie gesagt, vorher Michael Kretschmer erinnert hatte als damaliger stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU im Bundestag. Du hast dem Kretschmer den Wahlkreis abgejagt und die Sächsische Zeitung hat dich der Eroberer genannt. Ja, damals gab es noch die Sächsische Zeitung, die hat sich das damals noch getraut, das würden die heute nie wieder machen. Naja, das ist richtig. Und vor allen Dingen, man muss sagen, ich habe damit Michael Kretschmer zum Ministerpräsidenten gemacht, weil er war ja damals arbeitslos geworden. Er ist ja wirklich mit Sack und Pack aus dem Bundestag geflogen. Er hatte sich nicht absichern lassen über die Liste. Er ging fest davon aus, er gewinnt den Wahlkreis. und da musste man natürlich für ihn eine Verwendung finden, so wie das in der CDU oder in anderen Parteien immer üblich ist. Und er ist nach oben gefallen. Also er ist mit einer Niederlage zum Ministerpräsidenten geworden. Auch erstaunlich, was man in der CDU alles mit einer Niederlage erreichen kann. Ja, eine Kontroverse. Das flammte auf. Du hast immer für Gesprächsstoff gesorgt. Es war, als die Russen, sage ich jetzt mal, den Tag des Sieges gefeiert haben. Da warst du dort eingeladen und bist hingegangen zusammen mit Gerhard Schröder, der ja auch ein Geächteter oder ein Parierer ist in seiner Partei. Und wer war da noch dabei? Alexander Gauland zum Beispiel ist auch da gewesen. Ja, und viele Veteranen, aber auch viele obersten Offiziere der NVA waren auch da. Und da gibt es jetzt die interessante Situation. Wir mit unserer Westbindung und unserer über die Kultur her verständlichen Liebe zu Pop und Hollywood und so weiter in Amerika ganz wunderbar. Da gibt es ein bisschen der Mythos, wir sind von den Amerikanern befreit worden. Allerdings muss man das revidieren, weil die Russen haben ja einen sehr, sehr hohen Blutzoll gezahlt, um die Nazis zu schlagen. Absolut. Ja, also wenn man allein vom Blutzoll spricht. 27 Millionen tote Russen und natürlich auch Ukrainer etc. Sowjets, ich will es mal so bezeichnen, ist der höchste Blutzoll, den dieses Land gezahlt hat. Und man muss noch eins sagen, lieber Matthias, das vergessen ja auch viele. Die Reparationszahlungen an die Sowjetunion hat allein nicht die DDR bezahlt. Und das hat ja auch damit zu tun gehabt, dass die DDR wirtschaftlich natürlich sich nicht so entwickeln konnte wie zum Beispiel die Bundesrepublik, die an die Sowjetunion so gut wie überhaupt keine Reparationszahlung geleistet hat. Ja, wir haben das Glück gehabt mit dem Morgentauplan. Genau. Uns ist unter die Arme gegriffen worden und haben dann sehr schnell das Wirtschaftswunder erleben können in den 50er Jahren. Absolut. Bei euch wurden Fabriken gebaut, bei uns wurden sie abgebaut. Bei euch wurden sie abgebaut. Genau. Und eine Inoralgebung. Vollkommen richtig. Trotzdem haben wir das noch versucht, das Beste draus zu machen. So ehrlich muss man sein. Und ich meine natürlich hat die, und das will ich auch nicht verhehlen und überhaupt nicht unter den Tisch fallen lassen, die Sowjetarmee natürlich genauso gewütet und auch bei Flucht und Vertreibung ihr Unwesen getrieben. Genauso wie es die Tschechen teilweise getan haben. Und meine Familie oder meine Vorfahren, mein Vater selbst, ist ja auch aus Schlesien vertrieben worden mit seiner Mutter und meinem Großvater. Die sind damals, muss man kurz dazu, nach Dresden geflohen, weil man als Flüchtling aus den Ostgebieten sich dort registrieren mussten und haben dort den schrecklichen Bombenterror der Amerikaner und Engländer überlebt. Also auch das gehört zur Wahrheit dazu. Also schreckliche Zeiten, was die auch durchgestanden haben. Ja, ja. Da dreht sich bei mir der Magen um, als wenn man jetzt wieder ein Feindbild hat, den Russen. Ja. Und als wenn man so meint und denkt, aber das nächste Mal schaffen wir es. Ja, das nächste Mal schaffen wir es, genau. Ja, also da kommt eine Trampolinspringerin, die nichts, die einen hochgepimpten Lebenslauf hat, eine Hochstablerin vor dem Herrn ist und die sagt, ja, wir müssen den Russen die Beine wegschlagen. Die Dame hat noch nie was von Napoleon oder Hitler gehört und will den Russen die Beine wegschlagen. Und dann kommt dieser langhaarige Zottelbär, der Hofreiter, der immer Waffen, Waffen, Waffen rumstammelt und es ist von einer derartigen Frivolität. Ja, das ist für mich auch geschichtsvergessen. Ja. Ja, das muss man ja auch sagen. Und das finde ich teilweise wirklich widerwärtig, wie deutsche Politiker, gerade mit unserer Geschichte, und das meine ich damit, wieder so kriegsbesoffen durch die Lande taumeln und hier von Kriegswirtschaft sprechen und dabei meinen, im Prinzip den neuen Feind aus Akkorden zu haben und hier im Prinzip den nächsten Krieg vorzubereiten. Das ist widerlich und das muss mit aller Macht verhindert werden. Dann immer zu flöten, dieses nie wieder, nie wieder. Richtig. Und dann packen die Tornister ein und ziehen gegen Moskau. Es ist zum Kotzen und Gott sei Dank hat sich jetzt durch den Wahlsieg von Trump die Möglichkeit immerhin ergeben, dass da jetzt bald Schluss ist. Es kommt natürlich darauf an, ob die EU da mitzieht. Aber ich glaube, die EU alleine wird das nicht stemmen können. Na Gott sei Dank. Man muss wirklich sagen, in diesem Fall Gott sei Dank. Ich sage immer ganz offen, wenn wir wirklich als Deutschland bis an die Zähne bewaffnet werden und hier eine Armee hätten, die wirklich im wahrsten Sinne des Wortes kriegstauglich wäre, wo wären wir dann schon? Also auch das muss man ja mal hinterfragen, ein Stück weit. Also das kann man sich ja gar nicht ausmalen bei dieser Kriegsrhetorik. Im Grunde genommen muss man dankbar sein für die ganzen non-binären Waschlappen, die sich nicht entscheiden können, ob sie Männlein oder Frau sind. Also die sind alles andere als kriegstauglich. Und ich glaube auch nicht, dass der Pistorius da eine vernünftige Armee auf die Beine stellen kann. Gott sei Dank. Allerdings wird Trump natürlich von uns verlangen, hört mal her, wenn wir die Sicherheit garantieren, dann müsst ihr dafür bezahlen. Das ist eine Dienstleistung. Ja, tja, wie siehst du das? Ja, das ist eigentlich ein Punkt, den man sowieso ein bisschen weiter ausbauen müsste. Natürlich wird das Trump ein Stück weit verlangen. Das ist ja auch vom Selbstzweck der USA getrieben. Ich meine, im Endeffekt muss sich Deutschland auch entscheiden. Die Welt verändert sich. Die Unipolarität ist beendet. Wir steuern in eine Multipolarität. Wir sind schon in einer gewissen Multipolarität. Wir haben mehrere Mächte mit China, eine große aufstrebende Macht. Auch Indien, ja, natürlich Russland, aber auch die USA. Und Europa muss endlich seinen Platz finden. Und ich finde, wenn Europa sich dort als eigener Pol versteht und auch die eigenen Sicherheitsinteressen, die andere sind als der USA, ganz normale, die auch andere Chinas sind, sich dort im Prinzip auf das eigene besinnt, auch natürlich eine Verteidigungsfähigkeit hat und aufbaut, aber ohne fremde Kriege. Und ich meine mit dem europäischen Pol auch Russland. Wir haben immer als Deutschland gut mit Russland Geschäfte gemacht, nicht bloß Geschäfte, Handelsbeziehungen gehabt, natürlich auch Austausch von Rohstoffen etc. Wenn wir gute Beziehungen hatten, das hat Bismarck schon immer gesagt. Und das ist natürlich den Amerikanern als unser Hegemon ein Dorn im Auge. Aber das müssen wir ein Stück weit durchbrechen. Und da bin ich in keinster Weise Amerika-feindlich. Im Gegenteil, ich möchte zu denen natürlich genauso gute Beziehungen haben. Aber wir müssen endlich unsere Interessen definieren und die auch vertreten. Aber am besten mit den Europäern, mit Frankreich vor allem. Die Engländer machen sowieso immer, was sie wollen. Aber ich sage mal, mit Frankreich als große Wirtschaftsnation und auch großes Land, aber genauso auch mit Russland. Und dann denke ich mal, sind wir ein Gegengewicht, was auch mit allen Ländern, und das ist meine politische Mission, ich möchte mit allen Ländern der Welt gute Beziehungen, bilaterale Beziehungen, Wirtschaftsbeziehungen haben. Und wenn ich die habe, dann brauche ich auch keinen Krieg und auch keine Abschreckung und auch keine Stationierung von Kernwaffen und Langstreckenraketen in Deutschland vornehmen. Auf deutschem Boden. Also das ist ja tatsächlich das, wovor die Amerikaner am meisten Angst haben. Dass Deutschland, das deutsche Know-how mit den russischen Rohstoffen zusammenspannt. Und dann wittern die, dass da ein neues Gravitationszentrum entsteht und die Geschäfte doch empfindlich stören könnte. Das ist ja tatsächlich das, wovor die Amerikaner am besten. Ja, du bist aufgewachsen in der DDR, die ein realsozialistisches Experiment versucht hat und du kürst jetzt immer wieder irgendwelche verschrobenen sozialistischen Ideen. Also wenn der Habeck grünen Stahl produzieren will, der sehr viel teurer ist als der Stahlpreis auf dem Weltmarkt, dann wird er subventioniert und wird in einen deutschen Markt reingedrückt zu überhöhten Preisen, um dann Windkraft zu produzieren, die wiederum grünen Stahl produzieren. Also das sind so Zirkelschlüsse. Das erinnert so an die DDR-Planwirtschaft. Hast du da nicht auch manchmal so merkwürdige Déjà-Vus? Wir erleben es ja im Prinzip mit allen Bereichen der Wirtschaft, wenn man die Automobilindustrie als Beispiel nimmt, wie hier die Marktwirtschaft ausgesetzt wird, wie mit Verboten versucht wird, die Bevölkerung dahin zu lenken, was sie kaufen und konsumieren soll. Indem der Diesel zum Beispiel verboten wird 2030, 3035, das ist ja alles noch auf europäischer Ebene beschlossen. Oder nehmen wir den Heizungswechsel von Gas und Öl auf Wärmepumpen. Und jeder weiß, es funktioniert nicht. Jeder Handwerker, der das hört, weiß, es geht so nicht. In dieser Geschwindigkeit schon mal gar nicht. Und ich meine, ich komme ja nur wirklich aus dem tiefsten Handwerk des Ausbaus. In den Altbau, man kann nicht einfach die Wände aufreißen, dort Heizungen hineinbauen. Wärmepumpen können nur mit Wandheizungen und Fußbundheizung betrieben werden. Da kann sich jeder ausmalen, was das bedeutet. Häuser müssten auch gedämmt werden, Dächer müssen gedämmt werden. Und wenn man die Altbauquote in Deutschland sieht, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht, aber sie tangiert so um die 75, 80 Prozent, dann muss sich jeder ausrechnen, was das bedeutet und was es kostet. Und diese Ideologie, nichts anderes ist es, also dieses Geldverschwenden, um der sogenannten Klimaideologie zu dienen und zu meinen, wir können damit die CO2-Emissionen zurückfahren. Im Übrigen steigt sie gerade aktuell in Deutschland wieder, weil wir wieder mehr Kohle verbrennen und auch dreckiges Fracking-Gas aus Amerika. Also wir hatten die günstigsten fossilen Energien aus Russland. Also diese ganzen Lügereien, und das erinnert natürlich sehr wohl an eine Planwirtschaft, die es schon mal gab. Genauso diese CO2-Bepreisung, die ja im Prinzip nur davon lebt, dass Preise künstlich erhöht werden, um die Kunden davon abzuhalten, das zu tanken, das zu kaufen, etc. pp. Also das sind alles Dinge, wo die Politik, die Regierung in die Marktwirtschaft eingreift. Und das widerspricht der freien sozialen Marktwirtschaft, wo ich ein riesiger Vertreter davon bin und auch selber als Unternehmer in den 90er Jahren, Anfang der Tausenderjahren profitiert habe. Und das merken immer mehr Unternehmen und das sehen wir ja auch, dass das ein Widerspruch ist und dass das die Wirtschaft in Deutschland kaputt macht, unseren Wohlstand kaputt macht. Denn wir brauchen in diesem Land wertschöpfende Arbeitsplätze und nicht bloß Quatscher und Säusler und irgendwelche Genderprofessoren und Politikwissenschaftler. Davon gibt es genug, davon kann es die Straßepflaster. Und von denen wird Deutschland nicht eine müde Mark in die Wertschöpfung bekommen. Total, total. Und an diesem gleichen Problem hat ja auch die USA gelitten mit diesem merkwürdigen Green Deal-Quatsch. Das kostet so viel Geld, dass die Inflation so angestiegen ist, dass der kleine Mann in Amerika eben jetzt das Vierfache für Benzin oder Milch und so weiter bezahlen muss. Also das ist eine Ausplünderung des kleinen Mannes. Das gleiche erleben wir ja auch hier. Es gibt von Augustinus den wunderbaren Satz, der sagte, was unterscheidet einen Staat, der sich nicht an Recht und Gesetz hält, noch von einer Räuberbande? Ja, und das erleben wir hier mit diesen wahnsinnigen Steuersätzen und einer überhaupt nicht kontrollierten Ausgabenpolitik. Meine große Hoffnung ist ja, dass Elon Musk, der nun nicht nur Raketen ins Weltall schicken kann, sondern auch rechnen kann und erfolgreicher Unternehmer ist, der soll jetzt eine Art Controller für die Staatsausgaben sein. Denn müssten wir sowas nicht auch in Deutschland installieren? Jemanden, der mal wirklich drauf schaut, wohin das Geld verschwindet? Und dann stellen wir fest, ja, das verschwindet in irgendwelchen Briefkastenfirmen in Shanghai oder Jühnerfarm in Shanghai. Wir haben überhaupt keine Kontrolle mehr. Naja, es gibt noch keine Abkehr von diesem ganzen Schwachsinn. Und das muss so schnell wie möglich passieren, weil die Depression in diesem Land, auch in der Wirtschaft, auch was ich von vielen Wirtschaftsvertretern, von vielen Mittelständlern höre, die nimmt immer mehr zu und das bedeutet, dass die Motivation abnimmt. Und das macht mir schon große Sorge, weil es hat auch niemand mehr in diesem Land Lust, selbstständig sich zu machen, eine Firma zu gründen, das Risiko ist viel zu groß, man hat gar keine Perspektive, man kann ja nicht mehr mehr planen, wie hoch sind die Energiepreise in zwei, drei, vier, fünf Jahren. Das weiß ja niemand, das kann niemand sagen. Und wie soll ich dann als Unternehmer mir, was weiß ich, einen neuen Kessel kaufen, eine neue Maschine kaufen, leasen, wenn ich nicht weiß, ob ich überhaupt noch in zwei Jahren produziere. Also kurz gesagt, die Kassen sind leer. Eine Situation, wie die DDR kannte, kurz bevor sie abnüppelte. Ja, mein Lieber, also jetzt haben wir natürlich den Element. Fand im Raum nicht besprochen und zwar, wie man einen vernünftigen Kartoffelsalat macht. Du sagst, wir müssen Würfeln gemacht werden mit genauer Kantenlänge. Du als Mechaniker und Handwerker, ich bin für die Scheibe, ja, weil da mehr dann die Mayo besser pappt und so weiter. Wir lassen mal die Hörer entscheiden. Wahrscheinlich gibt es auch unter der Hörerschaft im Osten Leute, die die Würfel bevorzugen. Wie ist die Kantenlänge der Würfel? Ja, ich müsste jetzt ein paar Details nennen. Ich kann es ja auch gerne tun, wie man diese Würfel auch gleichförmig hinbekommt. Also man hat es zumindest so, habe ich es gelernt von meinem Vater, der den besten Kartoffelsalat macht. Der hat die mit dem Eierschneider geschnitten und dann diese Kartoffel viermal gedreht. Und da bekommst du dann schöne Würfel hin. Und lieber Matthias, und die sind ungefähr fünf, sechs Millimeter groß. Also wirklich perfekt gleich groß. Und lieber Matthias, ich muss dir ein bisschen widersprechen. Der Kartoffelsalat schmeckt deshalb besser, weil an diesen Würfeln natürlich wesentlich mehr Mayonnaise von allen Seiten, wie du sagst, randpappt, als an einer geschnittenen Scheibe, wo man im Prinzip mehr Kartoffel im Mund hat als das, was eigentlich noch saure Gurke, bisschen Zwiebel, bisschen Gurke, ein bisschen Apfel etc. und die schönen Gewürze. Also wie gesagt, wir werden das mal bei einer Kostprobe beweisen. Also davon bin ich fest überzeugt, dass meiner besser schmeckt als deiner. Okay, wir werden ein Testessen machen. Und jetzt die letzte Frage, Neuwahlen und so weiter und unser demokratisches System. Die AfD ist ja, obwohl sie Wahlsieger wird, wird nicht an der Regierung beteiligt. In Österreich erleben wir das Gleiche. Die FPÖ ist großer Wahlsieger und wird ausgeschlossen. In Frankreich ist das Ähnliche, wo die Rechtsparteien eigentlich die Übermacht haben und ausgeschlossen werden. Wie lässt sich das demokratische System, wie lässt sich das reparieren? Oder müsst ihr euch so anpassen und Identität aufgeben, dass sie jetzt nun bitte, bitte mit euch zusammengehen, irgendjemand? Naja, ich denke, Anpassung bringt erstens mal überhaupt nichts. Man muss sich natürlich schon seinen Idealen, auch seiner Programmatik treu bleiben. Authentisch bleiben, wie das Donald Trump jetzt gerade vorgemacht hat. Auch, genau, genau, authentisch bleiben. Und ich sage mal so, wir sind auch die Partei des gesunden Menschenverstandes. Alleine das reicht doch schon. Ohne, dass man jetzt die Vokabeln links und rechts und oben, unten, quer, diagonal, weißt du, das sind alles Begrifflichkeiten, um Spaltung zu betreiben. Weil man damit ja sofort ausschließt. Und das möchte ich auch ein Stück weit überwinden. Und ich sage ganz offen, wer Demokrat ist, der redet mit allen. Das ist der beste Punkt und die beste Unterstützung der Demokratie. Und wer davon spricht, die AfD ausschließen, mit denen nicht reden zu wollen, ist der größte Antidemokrat im Land. Und er beweist es damit, dass er im Prinzip hier die Menschen gegeneinander ausspielt. Was ja leider die Sarah Wagenknecht bis zum gewissen Teil auch betreibt. Aber du hast recht, es geht nicht mehr um links oder rechts, sondern es geht um Utopismus und gesunden Menschenverstand. Und mein privater Prophet oder Hausreiliger ist ja der Brite Gilbert K. Chesterton, den man den Apostel des gesunden Menschenverstandes nannte. Ein sehr religiöser Mensch, aber Religion ist mal ein Thema, das wir dann beim nächsten Mal besprechen, mein Lieber. Genau, wir sind ja schon fast über die Zeit, ne? Ja, richtig. Lieber Tino, ich bedanke mich sehr. Das war es mal wieder mit Matussek. Und nicht vergessen mein Buch Palasthotel über die Zeit des Mauerfalls und der Wende. Meine Erlebnisse in der zusammenbrechenden realsozialistischen Katastrophe. Ist er neu aufgelegt und erscheint im Exilverlag bei Susanne Dagen in Loschwitz. Bis dahin, wir hören uns am nächsten Freitag. Tschüss. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende. Oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunkbeitrag. www.kontrafunk.radio www.kontrafunk.radio www.kontrafunk.radio